Heute möchte ich mit dir einen sehr wichtigen Gedanken teilen. Ich möchte dir besser gesagt eine oder sogar zwei Fragen genauer gesagt stellen. Aber ich möchte dir gleich die Garantie dazu geben, wenn du dir diese zwei Fragen beantwortet hast, wirst du eine Antwort finden auf ganz ganz viele Fragen, die du dir vielleicht im Leben stellst. Das ist eine Frage, die mir auch vor kurzem so klar geworden ist. Ich habe tatsächlich auch immer wieder nach einer Antwort gesucht und das wurde mir so klar in diesem Augenblick, als ich diese Wahrheit verstanden habe. Und deswegen habe ich diesen Gedanken vor zwei Wochen bei uns im Gottesdienst geteilt und möchte das dir in dieser Videobotschaft ganz kurz präsentieren. Es wird keine Riesenpredigt. Es wird einfach nur, es werden zwei Bibelstellen sein, ganz genau genommen und einfach dieser Gedanke, den ich dir unbedingt heute vermitteln möchte. Und jetzt erst mal die Frage, die dabei so wichtig ist. Bei dieser Frage geht es darum, was ist die wahre Reinheit des Herzens? Oder besser gesagt, die zweite Frage dazu ist, warum benötigen wir ein reines Herz? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Botschaft für uns in der heutigen Zeit. Besonders bei den Menschen, die tatsächlich ehrlich Gott suchen. Bei den Menschen, die Fragen stellen. Und mir werden diese Menschen immer wichtiger im Leben, die nicht einfach alles glauben und nichts hinterfragen, sondern wenn du eine Person bist, die vielleicht hinterfragt, die sagt, warum bete ich und es passiert nicht? Warum suche ich und bekomme keine Antwort? Dann ist dieses Thema genau für dich. Und ich hoffe, dass mein Beispiel, das ich heute präsentieren werde, dir heute auch weiterhilft, wie es mir hilft, in meinem Leben weitere Schritte zu unternehmen. Es ist keine hundertprozentige Lösung heute, aber es ist ein Hinweis. Es ist ein Schild in eine Richtung, in die wir uns bewegen sollten. Und das ist mir sehr wichtig. Eine klassische Antwort ist meistens, wenn man jetzt fragt, was ist die wahre Reinheit des Herzens? Wenn man zum Beispiel im Internet eintippt, dann bekommt man sehr viele Antworten. Und dann sind diese Antworten meistens ungefähr so, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Es ist, wenn unser Herz genau wie Gottes Herz ist. Es ist, wenn wir ähnlich sind den Gedanken Gottes. Es ist, wenn wir rein sind. Es ist, wenn wir uns von allen Sünden bekehrt haben. Es ist und es ist und es ist. Das heißt, es sind immer irgendwelche Erklärungen, die mich nicht unbedingt weitergebracht haben. Ja, selig sind, die reines Herzen sind. Das ist eine Bibelstelle, die wir gleich uns vornehmen werden, die wir lesen werden. Aber es wird meistens dann diese Bibelstelle zitiert und versucht zu erklären, dass wir dieses Herz irgendwie rein haben müssen. Ich finde, dass diese Bibelstelle etwas ganz anderes meint, als das, was wir uns darüber darunter verstehen. Und zwar, was verstehen wir eigentlich unter reinem Herz? Reines Herz ist, wenn Jesus uns von allen Sünden reingewaschen hat, wenn wir frei sind, wenn wir errettet sind. Das, was ich dir heute sagen möchte mit dem Herz, ist eigentlich etwas ganz anderes. Weil es wird heute nicht darum gehen, ob du errettet bist oder nicht errettet bist, sondern es wird genau um diese Bibelstelle gehen, was Jesus hiermit eigentlich gemeint hat. Ich möchte dich einladen, die Bibelstelle nachzulesen oder mitzuöffnen und sofort zu markieren. Matthäus Kapitel 5, Vers 8. Und ich möchte das in einfacher Übersetzung hier lesen. Glücklich sind, die ein reines Herz haben. Und dann sagt hier Jesus weiter, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die ein reines Herz haben. Wisst ihr, es ist so wichtig für mich und für uns alle zu verstehen, was ist hier damit gemeint. Und ich möchte heute noch einmal ganz deutlich sagen, es geht dabei nicht um Errettung. Es geht um etwas anderes und dieses andere ist viel wichtiger. Ja, Jesus meint hier etwas und er zeigt, was wir bekommen, wenn wir ein reines Herz haben. Ja, es gibt andere Beispiele. Ja, seid so wie die Kinder. Und warum sollen wir so wie die Kinder sein? Weil die Kinder eigentlich dieses unverfälschte, reine Herz haben. Und ich möchte dir jetzt wirklich diese Frage stellen, zum Beispiel in Verbindung zu dieser zweiten Bibelstelle. Wenn du jetzt heute wie Kind bist, was verstehst du darunter? Ja, die Kinder sind diejenigen, die keine fremde Botschaft in dem Herzen haben. Und wenn du heute wächst oder wenn wir erwachsen werden, bekommen wir ganz viel Information, ganz viel Input, das sich bei uns ablagert. Und da ist einfach die Frage, die in mir gerade hochkommt. Jetzt bin ich als Erwachsener bekehrt. Ich habe Gott entdeckt. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Ich glaube daran, dass ich rein, dass ich errettet bin. Habe ich dadurch ein reines Herz? Ihr sagt zu seinen Jüngern, seid wie die Kinder. Warum? Weil es noch lange nicht bedeutet, dass diese Menschen, dass ich ein reines Herz habe. Und bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich ein Experiment dir vorführen, damit der Gedanke heute ganz klar für uns alle noch einmal wird. Selbst für mich nochmal für Bestärkung meines Gedankens. Die Bibelstelle übrigens, also dieses reine Herz im Griechischen bedeutet frei von fremden Stoffen. Also frei von fremden Stoffen bedeutet reines Herz haben. Okay? Und ich möchte dir heute etwas präsentieren. Es sind zum Beispiel hier zwei Gläser. Ich habe dieses eine Glas bewusst Walter genannt. Wenn du dich heute mit mir identifizieren möchtest, ich bin von Natur aus kein guter Mensch, dann kannst du hier deinen Namen reinstellen, an dieser Stelle. Ja, also dieses Glas nenne ich heute Walter. Dann gibt es dieses andere Glas, das nenne ich heute Jakob. Mit Jakob machen wir immer wieder die Sendung und deswegen ist kein fremder Name. Und deswegen ist dieses Glas heute mal Jakob. In diesem Glas ist etwas drin. Wenn ich das so ein bisschen hin und her bewege, dann siehst du, dass da sich irgendwas bewegt. Dieses Glas ist komplett leer. Das heißt, hier sind fremde Stoffe drin. Es gab jemanden, der in dieses Glas schon Informationen reingefüllt hat. Und diese Informationen sind bei mir ganz, also man sieht es nicht. Es sieht wirklich, wenn man es still hält, ist es gar nicht auffällig, dass diese Information da drin ist. Aber diese Information ist da drin. Und dieses Glas, das ist komplett leer. Das ist eine Kinderseele, die komplett frei ist von fremden Stoffen. Ja, vielleicht geht es bald in die Schule. Am besten in die Gottes Schule. Amen. So, und ich möchte dir jetzt etwas präsentieren. Beide kommen zu Gott und sagen, Jesus, heiger Geist, erfülle mich mit deiner Botschaft. Ich möchte in meinem Leben etwas mit dir erleben. Ich möchte ein besonderer Mensch sein. Was ist hier jetzt wichtig, in diesen beiden Beispielen zu verstehen? Das Glas und das Glas ist errettet. Wir kommen zu Jesus und sagen, ich bin dein Kind. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube daran, dass ich jetzt wieder mit Gott verbunden bin. Das heißt, dieselbe Position vor Gott. Dieselbe Ausgangslage für beide. Versteht ihr? Es ist ein wichtiger Gedanke. Es ist ein extrem wichtiger Gedanke, den ich heute versuche zu vermitteln. Beide selbe Ausgangslage. Aber ihr werdet sehen, was gleich für ein Resultat aus dieser Sache rauskommt. Jetzt haben wir hier den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist das, was in uns lebt, was in uns wohnt. Nachdem wir Jesus erkannt haben, nachdem wir Jesus angenommen haben, gesagt haben, erfülle du mein Leben mit deinem Leben, mit deinem Inhalt. Und dieser Gefäß ist voll gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ist jetzt in Form von Wasser hier gefüllt. Und jetzt werde ich folgendes machen. Wir haben ja beide Durst danach. Sagen wir mal, Jakob wird mit dem Heiligen Geist gefüllt. Heiliger Geist ist auch das Wort Gottes. Da möchte ich die Brücke aufbauen. Das Wort Gottes, das uns unser Leben erfüllt. So, und Jakob fängt an, die Bibel zu lesen. Oder er fängt an, nachzuforschen, zu suchen nach Inhalten, Antworten. Ja, das ist ja das, was wir immer wieder tun in unserem Leben. Und dann passiert Folgendes. Der Heilige Geist fängt an, zu gießen. Und wir sehen, wie dieses Gefäß sich plötzlich mit Inhalt füllt. Und wir sehen plötzlich klares Wasser. Das ist eine Botschaft, die aus dem Himmel in das Leben von Jakob gekommen ist. Und sein Leben mehr und mehr erfüllt. Immer voller und voller macht. Und ihr seht diese Botschaft, die sich hier in seinem Leben ausbreitet. Jetzt schaut mal, was passiert, wenn der Heilige Geist versucht, mein Leben zu erfüllen. Ich bin genau so da, aber ich habe in mir fremde Informationen. Fremde Informationen, die jemand davor mir reingelegt hat. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, jawohl, du liest das Wort Gottes, du fängst an zu suchen, du argumentierst, diskutierst, hinterfragst. Nicht wahr? So, und dann kommt der Inhalt. Derselbe Inhalt, der bei Jakob gekommen ist. Derselbe Inhalt. Dieselben Bibelstellen. Dieselbe Botschaft. Dieselben Gedanken, die vom Heiligen Geist kommen. Nachts kommen Träume, es kommen Offenbarungen, es kommen Gedanken, die in mein Leben reinkommen. Genau dieselben. Überhaupt kein Unterschied. Jetzt schaut mal, was passiert. Auch ich werde vollgefüllt mit dem Heiligen Geist. Mit seinem Inhalt. Schaut ihr mal dieses Resultat an. Es ist faszinierend, nicht wahr? Aber als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, Jesus, wie komme ich aus dieser Lage raus? Was muss ich tun, damit ich das hier in meinem Leben verändern kann? Das heißt, diese Botschaft, die hier bei mir minimal vielleicht drin war, vermischt sich automatisch mit dem frischen Wasser, was vom Heiligen Geist kommt. Und was passiert das? Die Information, die der Heilige Geist mit mir geteilt hat, dieselbe Information, die mit Jakob geteilt wurde. Leider ist es kein Zustand. Es ist der seltenste Zustand dieses klare Wasser. Das ist eigentlich Jesus Christus. Versteht ihr? Als er in dieser Welt war. Das ist dieser Zustand. Und Jesus möchte, dass wir diesen Zustand erhalten. Was passiert hier mit Jakob? Mit mir, mit Walter. Walter hat hier fremde Information. Er hat hier Lehren, die bei mir sich abgelagert haben. Jetzt sagt der Heilige Geist, pass auf mein Freund, pass auf mein Kind, pass auf mein Sohn. Du bist Kind Gottes. In dir lebt mein Geist. Du darfst dich jetzt Jesus nennen. Versteht ihr? Das ist richtig. Der Samen, der gefallen ist, der aufwächst, er bringt viel Frucht hervor. Das sagt alles Jesus. Er sagt, pass auf, in dir ist neuer Mensch da. Neue Kreatur ist geworden. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat angefangen. Jetzt zitiere ich Bibelstellen leider. Ich wollte eigentlich nur zwei Bibelstellen behalten. Aber ich versuche das jetzt einfach ganz klar und deutlich zu erklären. Jetzt passiert hier etwas, nicht wahr? Und diese Botschaft, die jetzt hier in mich hinein gegangen ist, ist plötzlich vermischt mit der alten Botschaft. Und das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, etwas zu machen, dann stört mir diese alte Information, das zu tun, was der Heilige Geist eigentlich durch mein Leben bewirken möchte. Und das ist krass. Ihr Lieben, das ist so krass für mich. Was bedeutet hier die Reinheit des Herzens? Was meinte der Jesus damit? Er sagt, glücklich sind, die ein reines Herz haben. Bin ich hier in diesem Zustand glücklich? Ich bete für kranke Menschen und sehe plötzlich, dass sich nichts erfüllt. Ich bete für mich und erhalte keine Antwort. Obwohl ich schon Informationen bekommen habe, dass ich eigentlich alles durch Jesus machen kann. Aber in mir drin ist Information gespeichert. Es ist Gottes Wille, dass du krank bist. Werde ich da gesund? Niemals. Weil tief in mir ein Widerstand ist. Etwas, was sich mit der frischen Information vermischt hat. Deswegen sagte Jesus auch in einem Beispiel, man kann nicht. Ja, man kann nicht neues Wein mit dem alten mischen. Es funktioniert einfach nicht. Warum? Weil das hier sich automatisch vermischt und es entsteht in mir ein Widerspruch. Und ich drehe mich im Kreis. Versteht ihr? Und dann bekomme ich keine Antworten. Oder was noch viel schlimmer ist. Was noch viel schlimmer ist. Ich werde eine andere Bibelstelle, die zweite, die ich versprochen habe, jetzt vorlesen. Die ist in Johannes Kapitel 9, Verse 40 und 41 niedergeschrieben. Eine ganz wichtige Botschaft, ihr Lieben. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen zu ihm. Sind wir denn auch blind? Die waren baf und haben Jesus angeschuldigt. Willst du uns etwas unterstellen? Willst du uns sagen, dass wir blind sind? Willst du uns sagen, dass wir keine Ahnung haben? Versteht ihr? Und was sagt hier Jesus? Eine sehr klare Antwort. Jesus sprach zu ihnen, werdet ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, Jesus verurteilt sie. Er provoziert einfach diese Menschen raus. Und er nimmt einfach, er behauptet nicht, dass sie nicht blind sind. Versteht ihr? Das ist so interessant. Er sagt, ihr seid blind. Aber das ist seine Feststellung. Aber er sagt, weil ihr sagt, ihr seid sehend, ihr seht, ihr seid nicht blind. Bleibt eure Sünde. Sünde ist wiederum ein griechischer Begriff, der sehr interessant ist. Okay, da werde ich gleich reinkommen. Sünde ist nämlich das Gegenteil von Reinheit. Ja, eine Fehlinformation. Sünde bedeutet Fehltritt. Einen falschen Schritt tun, das ist Sünde. Ja, wir verstehen oft Sünde irgendwie mit so einem religiösen Beigeschmack. Nicht wahr? Also Sünde hört man ja in der Kirche und so weiter. Aber das ist religiös, ihr Lieben. Sünde aus dem Ursprung bedeutet eigentlich einen Fehltritt machen. Eine falsche Entscheidung treffen. Und deswegen sagt er, weil ihr, weil ihr der Meinung seid, dass ihr seht, dass ihr nicht blind seid, bleibt in euch die Sünde. Versteht ihr? Bleibt in euch der fremde Inhalt. Der fremde Inhalt, der bei euch drin ist, bleibt weiterhin in euch. Wärt ihr blind, würdet ihr das gar nicht sehen, ihr würdet gar nicht behaupten, dass ihr seht. Und dann hätte ich die Möglichkeit, bei euch und eurem Leben zu wirken. Ja, dann wäre da eine Möglichkeit, Veränderung hervorzurufen. Würdet ihr erkennen, dass ihr Fehltritte macht, versteht ihr? Würdet ihr erkennen, dass ihr Fehltritte macht, hätte ich auch eine Möglichkeit, euch zu verändern. Dann würde ich auch etwas tun, das euch befreit. Aber ihr behauptet, dass ihr alles richtig macht. Und deswegen bleibt dieser fremde Inhalt in euch. Und deswegen möchte ich dir heute eine wichtige Botschaft mitteilen. Es ist sehr wichtig, Gott zu hinterfragen. Es ist sehr wichtig zu hinterfragen, wo befinde ich mich heute? Es ist sehr wichtig zu hinterfragen, glaube ich heute das Richtige? Es ist sehr wichtig. Damit machst du garantiert keine Sünde. Womit du Sünde machst, Sünde bedeutet hier Fehltritt, verstehst du? Womit du Sünde machst, wenn du heute behauptest, dass bei dir im Leben alles okay ist. Wenn du heute behauptest, dass das, was du bekommst, alles gut ist. Wenn du heute behauptest, dass Gott in deinem Leben alles erreicht hat. Dann bleibst du immer auf der Stelle stehen. Verstehst du? Wenn du heute sagst, dass Gott für alles seinen Plan hat. Dann gibst du damit zufrieden, wenn bei dir im Leben etwas nicht stimmt. Dann findest du dich damit ab, wenn bei dir im Leben Probleme sind, mit denen du nicht zurechtkommst. Es ist viel besser zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, warum habe ich so ein Problem? Und es ist viel besser zu sagen, ich möchte dieses Problem besiegen. Jesus, Entschuldigung, erfülle mich mit deinem Wasser. Dann kommt nämlich ein Prozess, wird ein Prozess in Gang gesetzt. Nämlich der Durchspülungsprozess. Ich kann Jesus sagen, Jesus fühle mich so lange, ich kann das jetzt leider nicht präsentieren, aber fühle mich so lange mit dem Wort, mit deinen Gedanken, mit deinen Offenbarungen, bis hier der letzte Teil des fremden Inhalts rausgespült ist. Das hat nichts mit meiner Bekehrung zu tun. Das hat nichts mit meiner Sündenfreiheit zu tun. Nein, sündenfrei bin ich in diesem Augenblick, in dem ich Jesus in meinem Leben als meinen Erretter angenommen habe. Dann bin ich sündenfrei. Aber ich bin immer noch nicht frei von fremden Stoffen. Das kann ein religiöser Gedanke sein. Das kann eine schlechte Erfahrung sein. Das kann eine Enttäuschung sein. Auch Enttäuschung in Gott. Aber ich habe Potenzial. Ich kann sagen, Jesus oder Heiliger Geist oder Gott arbeite an meinem Leben. Durchspüle mich. Reinige mich. Ich möchte ein reines Herz haben. Etwas, was hier ganz klar in mir glänzt. Und dann habe ich die Möglichkeit, Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Solange das in mir ist, kann ich es nur versuchen. Es ist wichtig zu versuchen und zu probieren. Ja, weil immer wieder damit stelle ich fest, wie rein ich bin. Plötzlich werde ich feststellen, dass Dinge funktionieren. Es muss nicht sein, dass alles funktioniert auf Anhieb. Nein. Es ist vollkommen normal, wenn nicht alles funktioniert. Weil ich noch Mensch bin, in der Entwicklung bin, zur Schule gehe. Das, was bei mir falsch abgelagert wurde, muss durchgespült werden. Verstehst du? Aber es ist falsch, wenn ich auf derselben Stelle bleibe. Und es ist noch viel schlimmer. Und das ist das, was Jesus verurteilt, wenn ich plötzlich behaupte, dass ich Recht habe. Dass jemand anders plötzlich dummes Zeug erzählt. Ich möchte dir heute die Frage stellen, wer entscheidet überhaupt darüber, wer heute Recht hat? Niemand, außer der Heilige Geist. Und ich möchte dir heute einen Weg zeigen, wie du diese Klarheit bekommst. Fang her an, dich vom Heiligen Geist befüllen zu lassen. Ich möchte heute nicht auf mich zeigen, nicht auf irgendjemanden. Ich möchte dir heute eine einzige Quelle hinterlassen. Egal, in welcher Denomination du dich befindest, egal, wie du dich heute nennst. Ich nenne mich heute Jünger Christi. Warum? Nur das hier hat in meinem Leben Resultate gebracht. Kein anderer. Nur das hier. Wenn ich anfange, hier rein zu gucken, dann merke ich, dass sich plötzlich im Leben etwas verändert. Ich bin noch nicht perfekt. Deswegen habe ich dieses Glas für mich heute ausgewählt. Aber ich habe Potenzial. Möge dieser ganze Dreck aus meinem Leben ausgespült werden. Damit ich immer ähnlicher dem Jesus bin. Deswegen bin ich sein Nachbeuger. Sein Jünger. Und niemand anders kann mein Leben steuern. Nur Jesus allein. Und das wünsche ich für dein Leben genauso. Mag sein, dass du heute keine Antworten bekommst auf deine Gebete. Mag sein, dass du heute noch viele offene Fragen hast. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Warum? Weil wenn du diese Antworten suchst, wirst du diese Antworten bekommen. Das allerwichtige ist, dass du dich frei machst. Ich mache das immer so, dass ich sage, ich glaube an gar nichts. Ich verwerfe alles. Wenn ich eine Bibelstelle habe, die ich nicht verstehe, dann ist das Letzte, was ich mache, dass ich an irgendeine Erklärung, die ich schon mal bekommen habe, glaube. Egal aus wann ich die gehört habe und sonst wie, ich warte, bis der Heilige Geist mir diese Bibelstelle offenbart. Und ich merke, dass er mich dann in Verbindung bringt mit anderen Bibelstellen, dass ich Gedanken bekomme, nachts, tagsüber. Ich merke, dass plötzlich Beziehungen mit Menschen entstehen, die mir da helfen. Ich bekomme Antworten, an denen ich zweifle und sage, Heiliger Geist, das ist jetzt so kontrovers zu meinen alten Überzeugungen. Kann das denn sein? Und dann lege ich das ein bisschen ab und warte. Und dann vergeht Zeit und ich treffe andere Menschen, die plötzlich genauso in mein Leben hineinreden. Ich bekomme Erlebnisse, die genau das widerspiegeln, was der Heilige Geist mir geöffnet hat. Beeile dich nicht, aber fange an, an der richtigen Quelle zu suchen. Und du wirst sehen, dass du damit Erfolg hast. Ich wünsche dir dabei Gottes Segen. Wenn es dir gefallen hat, unterstütze mich mit einem Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, teile dieses Video mit anderen Menschen, wenn du der Meinung bist, dass es anderen helfen kann. Mein Verlangen, dass dein Leben gesegnet ist und dass wir gegenseitig aktiv werden in dieser Revolution des Heiligen Geistes. Möge dieser Dreck durchgespült werden und möge, dass wir Menschen sind, die glücklich sind und ein echtes, reines Herz haben. Bis zum nächsten Mal. Amen.